Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 1-2-3 effizient dabei. Heute geht es nochmal um das Thema Lernen. Die Mitarbeiter sollen sich ja immer wieder weiter fortbilden. Man spricht vom lebenslangen Lernen. Das ist wichtig, um immer aktuell zu bleiben. Aber die Frage ist, wie können sie es schaffen, in ihrem Unternehmen eher den Rahmen letztendlich dafür zu bieten? Also, welche sechs Strategien gibt es für ihr Unternehmen, wirklich dieses Lernen zu fördern? Jetzt möchte ich Ihnen sechs Strategien vorstellen, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter auf die Zukunft der beruflichen Weiterbildung vorbereiten. Interessantes Thema. Strategie 1. Wichtig ist, dass Sie die Beschäftigungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter einfach im Auge behalten, bei Ihrer Personalpolitik und auch bei Ihrer Weiterbildungspolitik, also eben auch lebensphasenorientiert vorgehen, um auch lebenslanges Lernen zu ermöglichen und auch die älteren Mitarbeiter daran zu beteiligen. Weiterbildung ist nicht nur für die jungen Leute wichtig, es lohnt sich auch in langjährige Mitarbeiter zu investieren. Strategie 2. Nehmen Sie den Druck heraus. Studien haben ergeben, dass jeder Dritte sich gelegentlich und jeder Zehnte sogar häufig mit der wachsenden Bedeutung von beruflichen Weiterbildung überfordert fühlt. Wirken Sie dem entgegen? Und da sind wir wieder beim Thema Betriebsklima. Einfach einen Rahmen schaffen, wo sich jeder gerne fortbildet und nicht das Gefühl hat, er wird jetzt dazu gezwungen. Strategie 3. Nachfrageorientierte Personalentwicklung. Also analysieren Sie genau, wie sind denn die Kompetenzen eines Mitarbeiters und was braucht er, welche Fortbildungsmaßnahmen braucht er und in welcher Art und Weise braucht er diese Fortbildung? Ja, wie kann seine Lernfähigkeit gefördert werden? Das muss passen. Strategie 4. Das Weiterbildungsangebot bitte stetig erweitern und zwar nicht nur quantitativ, sondern auch eben in der Qualität und im Inhalt ist das ganz wichtig. Und ja, analysieren Sie das einmal bei sich im Unternehmen. Was gibt es denn für Lernmöglichkeiten für die einzelnen Beschäftigungsgruppen eben auch? Und wo besteht Verbesserungsbedarf? Man lernt ja nicht nur in externen Seminaren. Man lernt auch am Arbeitsplatz. Man lernt durch Job-Sharing und Job-Enrichment und solche Sachen. Denken Sie auch an solche Themen, wo es nicht nur um Wissen geht, sondern auch um Fertigkeiten und Erfahrungen sammeln. Strategie 5. Stellen Sie ruhig auch schon mal die Weichen für die Digitalisierung der Arbeit. Das heißt, beschäftigen Sie sich auch frühzeitig mit Themen wie digitales Wissensmanagement oder Blended Learning, also die Kombination von analogen und digitalen Lernen, um eben eventuell Helmschwellen gegenüber dem Einsatz von dieser Technik auch abzubauen, rechtzeitig. Denn das wird immer mehr kommen. Ja, und Strategie 6. Lernen ist nicht gleich Wissen. Wissen bedeutet nicht Verstehen. Und Verstehen heißt noch lange nicht, dass der Mitarbeiter in der Lage ist, es auch anzuwenden. Deswegen, Digitalisierung und E-Learning ist wichtig, klar. Aber es gibt eben auch noch die analoge Welt. Und Sie sollten Ihren Mitarbeitern auch immer wieder die Möglichkeit geben, persönlich zu kommunizieren, das Gelernte zu reflektieren und es eben anzuwenden. Und dann vergessen Sie das bitte nicht, denn nur auf dem elektronischen Weg werden Sie nicht das erreichen können, was möglich wäre. Also unterschätzen Sie nicht das informelle Lernen, zum Beispiel in Gesprächen mit Kollegen. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Wählen Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Effizienz und Produktivität im Büro. Dazu einfach hier rechts klicken und Sie erhalten das E-Book sofort in Ihrem Posteingang. Das ist schon übrig, das war's für meine Musik.